Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir zocken wieder mit der Abendacht-Community. Und ja, ich würde gleich mal sagen, rein da in den Discord-Server. Rein da, neues Video, auf geht's vielleicht das Glück. Ein Verschwier-Command, perfekt. Scheiter schon mal gleich am Anfang. Ach, die ist halt so, die spielt halt jeder. Die ist halt einfach schon langweilig geworden, muss man schon sagen. Einfach langweilig geworden. Ja gut, warum haben wir eigentlich so wenig gewischt? Ja gut, perfekt, dann kann ich hier noch schnell machen. Wir sind gerade noch in der Runde, danach kannst du mitspielen. Ja genau, ich nenne noch gerade auf, aber danach können wir ja alle was machen. Haar läuft schon, Sass rum? Aber Fisch kommt, wie er genannt werden will, ist mir egal. Äh, ne natürlich, äh, hier, ähm, ich halte das Wort, nein. Äh, ja genau, irgendwas ist schon für, ich weiß. Mittendrin in Navigation lag Braun und es war jemand an den Camps, der hätte mich gesehen, äh, sehen sollen, wie ich da reingegangen bin. Und jemand an den Camps? Äh, ich war am Anfang am Camps, aber ich war zwischendurch einmal kurz nicht an den Camps. Nee, aber ich habe gesehen, warum ist das jetzt Geld geworden? Die meisten wollten Polos. Ja, die meisten wollten das Geld. Ja, also eigentlich, ich kann grün proven und es waren die Kameras an, als ich reingegangen bin. Heißt vielleicht, dass ich in Navigation und heißt, das müsste jemand gesehen haben, entweder ist da jemand reingewendet oder jemand reingelaufen und die Leute an den Camps haben ihn gesehen. Also ich kann sagen, ich war am Anfang an den Camps, ich bin auch an Empire vorbeigelaufen und an noch einem, das ist an dessen Farbe, ob ich mich nicht erinnern kann, ähm, da bin ich dann in Camps rein, dann habe ich gesehen, also ich kann BT proven, er hat, äh, Simon Sess gemacht, äh, bin rechts rein, in Security, hab geguckt Camps, bin direkt wieder raus und bin dann dieses Zahlen-Ding in, Dings, äh, hab dann das gemacht und ich glaube, Lin ist dann an die Camps gegangen, als ich grad weggekommen bin. Ja. Okay. Gut. Ja, ich war auch auf der linken Seite, wie schon gesagt, Reaktor-Aufgaben machen. Ja, ich war bei BT auch auf der linken Seite, war ein Reaktor und... Hä, warte, 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 achso, ah, warte, ich war Lower Engine, ja, warte, warte, ich hab die Dicker-Aufgaben auch gemacht. Echt? Okay, 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 ich hab ich nämlich nur Lower Engine einmal gesehen. Ähm, 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 war der Kill ja frisch und nicht so. Wo war denn Mies eigentlich? Ich bin reingegangen und da war, da lag einfach nur die Leiche rum, sie ist auch gar nicht umgefallen. Ja, ne, weil sonst könnte, sonst könnte jemand, äh, jemand sagen, weil ich war in O2 und da, weil die Gänge sind ja die Kamera, dann könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssten skippen, so, es bringt nichts. Aber war denn überhaupt irgendjemand auf der rechten Seite, außer Fischkopf? Ja, ich war, ich war O2, also ich war auf dem Weg in Navigation. Ah, okay. Bin wir noch da, sonst wüsste ich nichts. Na dann, wir zu skippen. So, sehen wir wieder, niemand wurde, äh, ich habe ihn gefunden in Navigation. Niemand wurde gerade rausgeworden, weil eigentlich alle haben geskippt, ich glaube, es war noch alle, die geskippt haben. Oh, jetzt habe ich hier wieder die schöne Upload-Task. Es ist auch so, was euch aufgefallen ist, zum Beispiel, jetzt könnt ihr mal fragen, wenn tot irgendwo passiert ist und ihr habt jemanden gesehen, der in Admin hier geuploadet hat. Dann könnt ihr jetzt fragen, hat er davor irgendeine Download-Task gemacht? Wenn er meint, nein, dann ist er im Poster, weil hier kann man nur uploaden, nicht downloaden. Du musst erst downloaden in der Map oder halt immer, bevor du uploaden kannst und das ist einfach so. Huch. Ja, warte mal, dann kann ich doch gleich in Out2. Die beiden Sachen machen. So, es ist auch so, auch was, äh, sehr nice ist, ist zum Beispiel jetzt bei, ja, komm schon. Äh, jetzt habe ich euch auch noch gleich ein nicer Trick. Ich glaube, das nenne ich jetzt, äh, Trickkiste mit Wax. Auf geht's. Was auch ein nicer Trick ist auf dieser Map, wenn man jetzt hier unten in Schirz ist, dann auch wirklich, fuck, ey, so Navigation. Ähm. Ähm, er war in, oh, hallo, hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, also, er war, er war in Electrical und Fischkopf ist auch tot, nice. Ähm, eine Frage, sind Visual Tasks an? Äh, nee, ich glaube nicht. Okay, okay, gut, dann habe ich keins was. Gut, ähm, also, war dann die Leiche. Ich habe rot aus der Richtung kommen sehen. Wir müssen aber dann die Leiche. Wo, wo waren die Leiche? Shae, äh, in Electrical, in Electrical. Shae, warst du zufällig in Electrical, weil du warst ja... Kann ich, denke ich, mein Rot fluchen, mein Rot war gerade in Navigation, hat wahrscheinlich fast genommen. Äh, ja. Nee, ich war rechts. Wer war mit mir oben rechts in der Truppe? Äh, eben gerade, Rot, warst du, kamst du aus der Richtung Electrical. Wir haben uns in Storage dann gesehen. Nein, nein, ich habe gerade Rot in Navigation gesehen. Ja, er war offensichtlich als letztes jetzt in Navigation, aber bevor er in Navigation war, kam er aus Richtung Electrical. Ah, okay. Das kann ich aber auch, äh, rechtlich. Ich kam von Lower Engine, da hast du recht. Hm, ne, warte, 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 du kamst von Lower Engine. Genau. Das heißt, du musst vorher die andere Tank-Task gemacht haben. Ja. Ja, wo wir alle, wo wir alle bei den Aufgaben waren, wo hier, äh, wo hier Emergency war, Dings, äh, das, ne, was einmal da im Adminraum ist und Dings, da war Rot nicht dabei und war halt, ne, irgendwo. Ja, Rot, Rot, deine Frage, wo hast du? Da warst du längst vorbei, wo du auf dem Weg dahin warst. Keine Fragen zur Task, das ist unfair. Wie, was, hä? Ja, okay, dann kam ich dich direkt raus, Warte, fuck, hä? Ja, also, wo hast du deine Benzin-Task gemacht? Du hast ja irgendwo aufgeladen, wenn du ein Lower Engine hast. Und ich hab auch das gemacht, das heißt, wenn du dasselbe, wenn du denselben Ort gemacht hast wie ich, weiß ich, dass du lügst. Beantworte dir keine Frage zu dem Task. Ja, gut, dann, ähm, dann tut's mir leid, falls du's nicht bist, aber das ist halt einfach, das ist halt das Game, weißt du, das ist... Ja, das ist auch recht fast. Ja, das ist halt einfach das Game, so. Wahrscheinlich kennt ihr das Geld nicht. Ich spiele mal gerade in League of Legends und er weiß gar nicht, wovon wir reden. Ja, wer votet mich? I don't know. Er hat keinen Bock mehr auf uns, Macbethon. Er weiß wahrscheinlich nicht. Ja, glaub ich auch. Beantworte keine Fragen. Hä? Haha, einfach geliebt. Jetzt geh ich mal zu der Shields-Aufgabe. Hier kann man einfach nicht, also Ruhe. Weil meistens hier wird's, ist halt oft schwierig, wenn man dann, wenn man hier so runterläuft, dann sieht man halt manchmal die Leiche hier nicht, ist halt immer drum. Also ist halt richtig geil, nur hier zum Beispiel jetzt nicht, hier auch nicht. Hier, ja, schade, hier kann man nicht. Aber hier drinnen in dieser, äh, Mulde, kann man hier draufdrücken. Also ist halt die Leiche läuft nicht einfacher zu fliegen, ist halt ein Eis, dann kann man sich schneller finden. Ist nicht der geilste Trick, aber ist halt schon gut. Es ist schwarz in Electrical, ich habe ihn gerade wegrennen sehen. Zum, äh, es ist schwarz hundertprozentig. Ich war in Electrical, wollte Lights fixen. Lights wurden schon gefixt. Dann, ich habe gerade die Leiche umkippen sehen. Shay hat gerade Lights gefixt und Lin ist von der Leiche weggerannt. Ich bin, äh, ich bin von Cafeteria, äh, beziehungsweise ich bin von Cafeteria zu, ähm, Met Bay gegangen und bin dann von Met Bay nach unten, ähm, Electrical. Also Lin, das ist hundertprozentig. Ja. Ja, gut, dann. Willst du dich verteidigen, Lin, oder? Äh, nee, eigentlich nicht. Okay, gut. Es war, es war timepech, real talk. Ja, ja, true. Es war richtig timepech. So. Ja, also waren's, bc, das ist halt tatsächlich, ich beantworte keine Fragen. Boah, es war so lost, es war so lost. Ich beantworte keine Fragen zu tausend. Ich hab's aber, ich muss gar, es ist mein Freund. Ja, gut, dann, wenn's euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like, dann lasst ein Abo da. Ähm, wenn es nur nicht getan hat, eben lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat diese etwas cringe Runde gefallen. Ja, und damit würde ich sagen, ciao.